Moin, ich bin Amelie Gieschen, ich bin 22 Jahre alt, seit diesem Jahr selbstständige Lohnunternehmerin. Davor habe ich eine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht. Also mein Vater, der hat auch ein Lohnunternehmen. Da fahre ich, seitdem ich 14,5 bin, glaube ich, Trecker. Das ist auf jeden Fall ein großer Schritt, den ich jetzt gemacht habe, aber ich freue mich, dass ich ihn gemacht habe. Ich fahre heute Meißweg für einen von meinen Kunden. Das sind 30 Hektar. Das wird also noch ein strammer Tag heute. Ja, und da fahren wir jetzt mal hin. Ja, wir sind jetzt hier bei dem Kunden auf dem Hof. Ja, er füllt jetzt gerade Dünger vorne in den Fronttank ein. Da machen wir dann jetzt noch Saatkut gleich hinten rein. Das klopfen wir gleich auseinander, dass wir da besser rankommen. Hier sieht man jetzt, dass das Zellrad, darüber wird der Dünger dosiert. Diese Einheit, die kann man jetzt schmaler oder breiter stellen, je nachdem wie breit man das stellt, umso mehr wird halt rausgefördert. Das fällt dann quasi runter. Dahinter sitzt ja das Gebläse, das pustet dann den Dünger hier so hoch und dann halt nach hinten zur Maschine. Ja, das Ganze müssen wir jetzt ein bisschen verstellen, weil bei vorherigen Kunden haben wir 120 Kilo, also halt mehr. Ja, müssen wir halt ein bisschen zudrehen, das Ganze. Aua. Ich muss hier jetzt 21,5 Mal dran drehen. Das wäre die Strecke, die ich fahren würde mit dem Rad, wenn ich ein Vierzigstel Hektar Dünger habe, quasi für ein Vierzigstel Hektar. Also 1,96 Mal 40, damit wir auf den ganzen Hektar kommen, wären wir jetzt bei 78 Kilo. Wir wollen aber 100. Heißt, ich muss das wieder ein bisschen weiter aufstellen und das Ganze dann nochmal machen, solange bis ich bei 100 Kilo bin. 100,4. Damit arbeiten wir jetzt gleich. Jetzt füllen wir ja das Saatgut ein. Das werden jetzt so pro Behälter zweieinhalb Sack werden. Man ist abends schon müde. Ich sag mal, es ist nicht nur das Körperliche gerade beim Maislegen, es ist halt auch viel Kopfsache, wo man drauf achten muss. Meistens ist es noch anstrengender als das Körperliche, einfach sich die ganze Zeit zu konzentrieren. Ich betreibe ja ein Lohnunternehmen und man kann das Ganze so beschreiben als Agrardienstleister. Also wir bieten Dienstleistungen im Agrarbereich an. Sprich, wir haben die Maschinen jetzt hier wie den Maisleger oder Häcksler, Medrescher, Güllefass, was sich ein Landwirt einfach nicht anschafft, weil so eine Maschine, neuer Maisleger, der würde jetzt 80.000 Euro kosten. Ein Trecker kostet um die 200.000, ein Maishäcksler 400.000. Das sind alles Summen, da braucht ein Landwirt heutzutage nicht mehr drüber nachdenken, weil die einfach kein Geld mehr für ihre Produkte kriegen, beziehungsweise es sich auch einfach nicht rechnet, weil hier viele Betriebe halt klein sind in Norddeutschland oder Westdeutschland. Und die bezahlen uns dann dafür in einer Stunde oder Hecker. Ich glaube, das kann man nur verstehen, wenn man das wirklich mal gefühlt hat, einfach dieses im Sonnenuntergang auf dem Beedrescher zu sitzen und sich ja den Sonnenuntergang anzugucken, da seine, die Kunden glücklich zu machen, indem man irgendwie ja da ihr Getreide erntet und alles gut läuft. Und klar gibt's auch Tage, wo man auch einfach lieber im Bett bleiben möchte und wann auch einfach alles scheiße ist und nichts funktioniert und man gestresst ist. Und ja, er hat noch viele, viele Schattenseiten der Beruf, aber es ist einfach irgendwie eine Leidenschaft. Das Vorgewende ist immer so das Kniffligste, gerade hier auf so einer Fläche, wo ich quasi eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, zwölf Vorgewende gefühlt habe. Also Vorgewende ist ja das, was außenrum quasi ist. Dann das erste Mal außenrum muss ich halt mit Auge lenken quasi. Also ich muss per Hand da gerade dran langfahren. Ja, wenn's gerade ist, sieht's ja natürlich schöner aus. Am Ende heißt es dann so, oh Gott, guck dir an, wie die Gieschen wieder geschlängelt hat. Man würde es in Fachkreisen auch WhatsApp-Schlenker nennen. Wenn man außenrum fährt, dann immer die Spuren aufzeichnen, damit man beim nächsten Mal dann einfach nur auf den Knopf drückt und der von alleine lenkt. Also das Ganze einstellen und so, das ist dann schon eine Herausforderung. Ich guck jetzt, ob die Körner richtig abgelegt wurden, ob die die richtige Tiefe haben und ob der Abstand stimmt. Dafür muss ich sie nur erst mal finden. Vielleicht legen wir auch gar kein Mais. Wollen die mich jetzt verarschen hier oder was? Ja, da. Man muss noch an der richtigen Stelle graben. Im Großen und Ganzen sollte das schon so aussehen, dass halt die Körner alle so in Reihe hier liegen, wie sie hier jetzt liegen. Dann muss man das so wieder alles schön zumachen. So, jetzt werde ich weitermachen. Die Fläche war natürlich sehr anspruchsvoll, viele Vorgewände, viele kurze Bahnen, aber jetzt zum Ende hat es dann ganz gut geklappt. Ja, und wenn ihr mehr von mir und meiner Arbeit sehen wollt, dann könnt ihr gerne in der ARD-Mediathek gucken oder hier auf dem YouTube-Kanal. Ich bin ja erst einmal. Ich bin ja erst einmal. Jetzt ganz einfach mal. Vielen Dank.